Thomas ist wieder da! Er war mein Mentor. Rocco! Thomas! Er hatte alles. Aber vor allem hatte er Lucia. Thomas! Komm her, du kleiner Racker! Möge Gott dich segne, mein Name. Na, ratet mal, für wen das hier alles ist. Wer von euch will Süßigkeiten? Es gehört mir! Wer von euch kleinen Rackern will Süßigkeiten? Wir lebten in einer Sozial-Siedlung in Ortona.